Ich begrüße Sie hier zum Video. Das Video ergänzt das Manifest, das auf meiner Website steht und die neu zu gründende VHS 2.0 behandelt. Die Schlüsselworte und die Motivation dazu lieferte die Festrede zur Veranstaltung 100 Jahre Volkshochschule. Diese Rede wurde am 13. Februar 2019 von Andreas Voskuhl gehalten. Er ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Eine seiner wichtigen Aussagen betrifft das Empowerment durch Bildung. Bildung, die nicht mit einem Ausbildungs- oder Hochschulabschluss endet, sondern lebenslang weitergebildet werden muss. Das, was ich da vorstelle, das besteht aus einer Cloud-Plattform für die Organisation und einer Videokonferenz. Damit man sich das leichter vorstellen kann, stellen wir uns vor, das Angebot in Sachen Weiterbildung ist so ähnlich organisiert wie das Warenangebot bei Amazon. Nur, dass da eben kein Paketdienst für die Zustellung zuständig ist, sondern es geschieht über eine Lernplattform im Internet. Und da gibt es synchrone Teile, das heißt direkte Gespräche von Angesicht zu Angesicht oder Unterricht, wo eben ein Kursleiter per Videokonferenz unterrichtet. Und es gibt eben auch Materialien, die als Hausaufgabe fungieren. Das ist das, wo ich hier also drüber reden möchte. Der Vergleich mit Amazon ist gar nicht mal so unanschaulich. Wir brauchen eben einen Katalog, wo in diesem Fall die Weiterbildung, nicht die Ware, sondern die Weiterbildung abgebildet wird mit Datenblättern, wo man sie besichtigen kann. Das heißt beispielsweise, dass man Schnupperkurse zu den Kursen stattfinden lässt, die vielleicht 10 oder 15 Prozent des Kursumfangs abbilden, die dann aber auch kostenlos sind. Und wo dann die Besucher der Schnupperkurse überlegen können, melde ich mich jetzt zu dem Kurs an oder bleibt es beim Schnuppern? Das, was wir also dann auf der Plattformform haben, das ist wie gesagt das Warenlager und der Verweis eben auf Rohstofflager. Rohstofflager im geistigen Sinne meine ich jetzt mit im einfachsten Fall Wikipedia für Texte und YouTube für Erklärvideos. Aber das ist jetzt nur stellvertretend für unzählige andere Möglichkeiten. Das, was dann als Kurs herauskommt, das wird eben auf der Lernplattform, die da VHS Cloud heißen könnte, angeboten. Und was dann stattfindet, das ist eben Unterricht in der klassischen Form, wie wir das kennen, nur dass eben der Kursleiter eben nicht räumlich im gleichen Raum steht, sondern der steht eben vorn in der Videokonferenz oder man führt das durch in Form eines virtuellen Klassenraums als Flipped Classroom, als umgekehrtes Klassenzimmer, wobei eben das, was sonst im Vortrag live erfolgt, in Form von Erklärvideos eingespielt wird oder rezipiert wird, erlernt wird. Und das, was dann als Präsenzveranstaltung läuft, das ist denn das, was wir früher an der Uni als Übung bezeichnet haben. Das heißt, es gibt dann zu den Erklärvideos passende Aufgaben und wenn es Probleme bei der Lösung gibt, dann ist der Kursleiter dafür verantwortlich, das im persönlichen Gespräch zu erklären und eben notfalls auch Einzelne dann mal Nachhilfe zu erteilen, damit das Kursziel erreicht wird. Warum macht das Sinn? Wir haben, wenn man jetzt auf Bildung achtet, eben schon sehr früh im Beginn, das ist der Elementarbereich, fängt ja schon im Kindergarten an oder vielleicht sogar schon davor in der Krippe, dann haben wir die Grundschule, dann die Sekundarstufe, manchmal untergliedert in zwei Teile 1 und 2 und dann gibt es noch den Bereich Studium und Ausbildung. Wenn man das aber alles zusammenrechnet, dann kommen wir da auf eine Zeit von 20 bis 25 Jahren, so Pi mal Daumen. Beim lebenslangen Lernen liegen dann aber auch immer noch so vielleicht 70 Jahre, vielleicht auch 60 oder 90 vor uns, je nachdem, was man da für ein Alter erreicht und wie lange man sich mit Lernen beschäftigt. Aber lebenslangen Lernen heißt ja eben auch wirklich wörtlich genommen, dass es das ganze Leben dauert. Wenn man da diesen Zeitstrahl fortsetzt, den wir hier über die Primar-, Sekundär- und Tertiäre-Bildung haben und die bei 20 bis 30 Jahren endet, dann ist das ein riesiger Bereich, den es mit Weiterbildung abzudecken ist. Da gibt es hier in Deutschland 170 Weiterbildungsdatenbanken, fast jedes Bundesland hat eine, es gibt den Bildungsserver und es gibt alles Mögliche. Nur das ist nicht unbedingt das, was die Menschen so täglich durchsuchen, wenn sie an Weiterbildung denken. VHS hingegen ist eine Mark, ist ein Begriff, den jeder kennt oder den jeder kennt. Und da sollte man also drauf aufbauen mit der VHS 2.0. Das ist natürlich vom Prinzip was ganz anderes als die VHS 1.0. Da denken wir ja auf Kreisebene und da gibt es eben Kurse, wo sich auf der Ebene des Landkreises genügend Teilnehmer finden, wo man dann auch schon Monate im Voraus einen Katalog aufbaut und dann hofft, dass genug Teilnehmer zusammenkommen. Das ist nicht unbedingt das, was erfolgreich wäre, wenn man damit Amazon betreiben wollte. Amazon jetzt im übertragenen Sinn als Bildungskatalog, wo wir Kurse haben, die dann natürlich auch bewertet werden mit Sternen. Und wenn ein Kurs gut ist, dann ist die Abbruchquote gering und dann gibt es auch eben Beurteilungen von Kursteilnehmern, die wir uns auch in Form von Sternchen vorstellen können. Das heißt, das Qualitätsmanagement führt man im Prinzip genauso durch, wie das eben auf solchen Handelsplattformen ist. Nur der Betreiber ist dann eben nicht kommerziell ausgerichtet, sondern das ist beispielsweise eine gemeinnützige GmbH, um dem jetzt eine Gesellschaftsform zuzuordnen. Und die Datenbank ist eben nicht nur die Quelle für Marketing, sondern auch für Terminplanung, für Faktura, um das Warenangebot, sprich die Weiterbildungskurse, darzustellen. Hinreichende Teilnehmerzahlen bedeuten, dass man einen Kurs dann starten kann. Nicht unbedingt ein halbes Jahr im Voraus planen muss, sondern den macht man eben dann, wenn die Schnupperkurse genügend Teilnehmer zusammengebracht haben. Und was dann da an Umfang durchzuführen ist, das steht ja auch im Datenblatt drin. Und da müsste man natürlich auch bei der Honorierung ganz neue Wege beschreiten. Bei den klassischen VHS-Kursen, da wird ja der Dozent, der Kursleiter eben abgerechnet, aufgrund von Anwesenheitszeiten. Bei der VHS 2.0, da kommt es auf Unterrichtswirksamkeit an. Und da müsste man natürlich den Dozenten, die sehr gute Angebote machen in der VHS-Cloud, das heißt asynchrone Bestandteile aufbauen, denen müsste man natürlich auch überlassen, wie sie das eben abrechnen. Das Einzige, was sichergestellt werden muss, ist, dass die Kursteilnehmer eben übliche Gebühren zahlen. Und das kann natürlich der Kursleiter dann auch berücksichtigen. Wenn er mehr Honorar haben will, dann muss der Kurs auch entsprechend groß genug werden. Und dann kommt er natürlich auch auf seine Kosten, die er ja hat, wenn er so einen Kurs auf einer Lernplattform vorbereitet und durchführt. Die Durchführung geschieht mit einer Videokonferenz, die in Deutschland natürlich eine Zulassung hat, die auch sicherstellt, dass die üblichen Kursteilnehmerzahlen von 20 oder 25 oder vielleicht sogar mehr, je nachdem, welches Niveau das ist, dass die erreicht werden können. Das, was bisher angeboten wird, das habe ich ja in einem anderen Beitrag schon gesagt, das ist völlig unzureichend. Man kann nicht mit vier aktiven Teilnehmern eine Videokonferenz kostendeckend durchführen. Und eine Frontalveranstaltung ist auch nicht das, was die meisten Teilnehmer haben wollen. Sie wollen im Prinzip die Möglichkeit haben, Unterricht durchzuführen in der gewohnten Form oder Unterricht so, dass Sie das neben dem Beruf machen können, wenn Sie das wollen, durch Erklärvideos, durch Betreuung auf einer Plattform und der Möglichkeit, sich persönlich mit anderen Kursteilnehmern und dem Kursleiter auszutauschen. Das geht aber eben nur in anderen Organisationsformen als in der analogen VHS 1.0, die wir ja seit 100 Jahren kennen. Die analoge VHS ist trotzdem immer noch gefragt als Organisator für Ersteinweisungen. Und sie ist auch Betreuungsinstanz, in den mit WLAN, öffentlich zugänglichen WLAN für die Kursteilnehmer ausgestattet sind. Dort in diese Räume bringen die Teilnehmer ihre eigenen Geräte mit und die setzen Sie dann ein, die konfigurieren Sie. Da ist auch jemand in der Nähe, der Ihnen helfen kann. Und da können Sie dann auch so oft hinkommen, wenn Sie sich zum Kurs angemeldet haben, bis dass Sie sehen, Sie kommen selbstständig im Homeoffice klar. Es dauert unterschiedlich lang, bis das man gewohnt ist, Headset und Lautstärke und vielleicht den zweiten Bildschirm oder den Bildschirm, den man mit anderen Gruppenmitgliedern austauschen will, um das richtig einzustellen. Wenn man es kann, ist das kein Akt, aber wer bisher noch nie damit zu tun hatte, der braucht vielleicht nur eine halbe Stunde, manche brauchen aber auch vier oder sechs oder acht Stunden, um letztendlich vollumfänglich damit arbeiten zu können. Dann braucht man die ersteinweisende analoge VHS natürlich auch noch für die Abrechnung. Und das ist wichtig. Man könnte ja dann sagen, Kurs findet statt, wenn es eine bestimmte Teilnehmerzahl gibt, die den Honorarvorstellungen des Kursleiters angemessen ist. Und von dem Honorar bekommt eben die ersteinweisende analoge VHS eben einen bestimmten Anteil. So kenne ich es auch, wenn ich Erklärvideos bei YouTube einbringe. Da gibt es ja auch Einnahmen in Form von Werbeschaltungen. Und da gibt es 55 Prozent für den, der das produziert hat und 45 praktisch für die Vermarktung. So ähnlich könnte man sich das eben auch vorstellen, dass eben die Dozenten, die Kursleiter beteiligt werden. Das kann aber dann im Detail besprochen werden. Dann ist die analoge VHS 1.0 natürlich auch stark gefragt, wenn es nicht nur Teilnahmebescheinigungen geben soll, sondern anerkannte Zertifikate in Form von Computerführerscheinen auf verschiedenen Niveaus oder Sprachzertifikate, die wir ja zunehmend benötigen. Beispielsweise auch schon Schüler der Oberstufe, wenn sie schon wissen, dass sie im Ausland studieren wollen, dann könnten sie sich in der Volkshochschule auch schon auf Sprachprüfungen vorbereiten, die sie dann vor der Aufnahme des Auslandsstudiums abzulegen haben. In Deutschland haben wir DAF, die DAF, Deutsch als Fremdsprache, Level C1. Der muss von ausländischen Studenten erreicht werden, wenn sie hier sich einschreiben wollen. Umgekehrt, wenn Deutsche in den USA oder in England studieren wollen, dann der Töffel-Test, der eben vergleichbares ist, eben für Deutsche, die in englischsprachigen Hochschulen arbeiten oder studieren wollen. Ähnlich ist es natürlich auch, wenn man jetzt an Exotisches denkt. Man möchte in China studieren. Da gibt es die Konfuzius-Institute, die auch Sprachniveaus bescheinigen, nachdem eine entsprechende Prüfung abgelegt wurde. Ja, das, was da Gegenstand ist, über diese Jahrzehnte, die man nach der Schule mit Weiterbildung zu tun hat, da gibt es auch eine große Bandbreite, die nicht vollumfänglich von den bestehenden VWs abgedeckt werden kann. Politik, Gesellschaft, Umwelt, da ist eine Menge denkbar. Dazu gehören beispielsweise auch Bürgerinitiativen, die sich häufig in kleinen Kursen ohne Internetanbindung kaum organisieren können, aber auf dieser Basis VHS 2.0 lässt sich das überregional oder landesweit oder vielleicht sogar global organisieren. Kultur und Gestaltung ist natürlich auch ein umfangreiches Programm, was abzudecken ist. Die Gesundheit sowieso, das ist aber jetzt schon Gegenstand bei den Volkshochschulen. Da wird man hauptsächlich natürlich bei Wellness an Präsenzkurse im klassischen Sinn denken, aber wenn man jetzt Fachpersonal einbindet über Videokonferenzen, uns geht also um Beratung, das gibt es ja mittlerweile auch schon bei Arztpraxen, dass man sich da beraten lassen kann. Die Sprachen habe ich eben schon erwähnt, alle Niveaus und das Ganze natürlich auch im Hinblick darauf, dass wir zwischen dem 25. oder 30. Jahr und vielleicht unserem 65. bis 70. Jahr berufstätig sind. Da gibt es natürlich auch viel zu tun und auch da kann man aus dem Homeoffice sehr flexibel sich weiterbilden. Besser als das eben geht in der klassischen Volkshochschule. Soviel jetzt zu diesem kurzen Ausblick. Dann noch zur Frage, wann könnte man solche überregionalen Pilotprojekte starten. Erste Projekte habe ich hier schon durchgeführt an einer Küstenstadt an der Nordsee und auch hier in Kassel gibt es eben schon zwei Kurse. Daraus habe ich Erfahrungen gesammelt. Ich könnte mir im Prinzip vorstellen, sofort zu beginnen und das auch nicht nur hier in Nordhessen anzubieten, sondern im Prinzip an jedem Ort, wo es beispielsweise einen ICE-Bahnhof gibt. Da kann ich dann von dem zentralen Ort in Deutschland, Kassel, aus hinfahren. Wenn da kein Umsteigen erforderlich ist, kann man am gleichen Tag hin und zurück fahren und macht zwischendurch vielleicht vier Stunden Ersteinweisung. Da bringe ich dann Geräte mit. In der Nähe der ICE-Bahnhöfe gibt es üblicherweise Tagungshotels, die ja da sehr gut angesiedelt sind und die haben üblicherweise auch WLAN. Und da könnte man eben dann an diesen Standorten im Prinzip genau das Gleiche durchführen, was ich hier in Nordhessen, in Kassel begonnen habe. Wenn Sie als klassische Volkshochschule Interesse haben, dieses Mal zu versuchen und die Voraussetzungen erfüllen, dass ich da mit dem Zug hinkommen kann und in der Nähe auch ein freies WLAN für die Teilnehmer zur Verfügung steht, dann können wir das machen. Die Kosten dafür sind überschaubar. Rechnen Sie eine einfache Bahnfahrt erster Klasse, damit ich auch den Kurs im Zug vor- und nachbereiten kann und zusätzlich eben die vier Stunden für die Anwesenheit. Dann haben wir die Kosten, die Sie zu kalkulieren haben. Ja, das ist mein Angebot im Zusammenhang mit meinem Manifest VHS 2.0. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.